Dann würde ich sagen, wir drücken mal auf Aufnahme, meine Lieben. Und dann kommt ein neues Intro, was der Onkel gebastelt hat. Oh, der Obstmann kommt. Leute, der Obstmann kommt. Ich bin gleich wieder für euch da. Ein Moment Geduld. Ich muss mal gerade Obst kaufen. So, ich habe den Obstmann überlistet. Ja. Ich mache mal eben ein neues Intro. Oh, Sekunde. Was ganz Freues? Nein. Ihr Wahnsinn, ihr Lebensmühle. Ihr seid ja süchtig nach mir. Süchtig nach dem Foto. Was ihr schon wieder da seid. Ihr gestoppt verrückt seid. Nein, 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 nein. Und was ist mit dir dahinten? Ja, du doch. Bist du Angst? Steht ihr jetzt schon? Das ist nicht mehr schrieben. Dann wollen du es. Ich halte es übernommen. Genauso wie du das. Oder du. Oder du. Angst solltet ihr alle haben. Und dann macht's doch weg. Und dann macht's doch weg. Und dann macht's doch weg. Ich hatte genug Zeit an meine Maschine zu schaffen. Ich habe mir so fein und fein verstanden, dass ich noch ganz einflüßende und ausgerechnet habe. Das Schöne ist, dass ihr nicht wisst, wann, wie, wo, was passiert. Weiß, weiß das, weiß, weiß, dann kann es mal los. So, alles klar, dann haben wir das schon mal in Kassel. So, hat der Markus das schon mal in Kassel, aber man muss eben auch wieder was. Achtung, es kommt ja Zweifel zu haben. Das ist doch schon mal viel Dauer, ja? Ja, ja. So, der erste Teil der Zugang funktioniert. Wie kommt es im Zweifel? Lass mich kurz verlegen. Es ist Dienstag, über Kreuznach, bei schönstem Wetter. Arnebein nach vorne strecken, das ist das Mindeste, was wir erwarten können. Alle Arnebeine nach vorne, wir zählen gemeinsam, laufe deutlich runter. Zehn, neun, acht. Hallo? Laut und deutlich. Moment, stopp, 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 stopp. Du, alle Beine nach vorne, wollen wir nach vorne, alle zusammen, laufe bei uns. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, zwei, eins. Warum? 2. 1. 3. 8. 9. 11. So, normalerweise wäre er an dieser Stelle zu Ende. Aber wenn der Rudel am Vorlang genug geht, weiß, dass er noch einen Drittschiff hat, oder was? Ja. Einer macht den Rudel. Du hast schön rumgelnd, wie bei den Rudel bei den Gaben Treppen. Du hast den Rudel ganz gesorgt. Du hast den Rudel ganz gesorgt. Und vor Ort macht dich auch noch wirklich was. So ist sie niemals vor der Fahrt, ey. Das wäre nichts. Die Stimme sind in der Brüche. Du hast den Rudel ganz gesorgt. Du hast den Rudel ganz gesorgt. Und du hast den Rudel ganz gesorgt. Und du hast den Rudel ganz gesorgt. Ohja, ich bin da auch ganz zufrieden! Ohja… え? Ich bin doch nicht ganz Zufrieden oder? Einer können wir da und herr planeten cleaner oder – oder? Die Sonne scheint, an der wir während der Mahn, wir diesen schönen Raum haben, oder? Aber wir machen mal ein, das ist ein Verwand, egal wie. Was ist das denn? Wehen oder das? Oh, man! So, wir bedanken uns für das Sprit-Schaukel, mit Hübden, Springen, mit Tanzen, mit Mordeln.